Aaaaaaah! Duh! Hüpfer! Okay, ich bin am Wagen, wo zum Teufel steck ich hier. Ich hab deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Die versuchen, es euch zu dämmen. Aber alle drehen durch! Ich will ja nicht drängeln, aber wahlt euch, verdammt! Nathan, wo steckst du? Gute Frage, und du? Am Balsai! Such nach diesem runden Schild! Es liegt auf dem Weg! Rundes Schild, okay! Die gute Nachricht! Ich hab ne Knarre! Bis gleich! Te lo giuro! Ho visto qualcuno che usciva dalla finestra della biblioteca! Ich lasse un finto! Ich lasse un finto vederlo! Ich lasse un finto vederlo! Qui! Ventri rosti! Ho trovato dei ventri rosti! Hey wir mal! Boah! Oh wirklich! Nichts! Ich bin... Ich bin... Oh ja! Hier! Ich bin... Ich bin ich halt nicht. Ich bin... Da questa parte! Scheiße! Nathan! Fang! Halt, was? Ich hab sie! Gut gemacht! Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Von hier aus komm ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, ja glaub schon. Okay, wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Ballsaal. Okay, bis gleich. Victor, ich sitz hier fest! Eine Idee! Der schnellste Weg führt durch den Ballsaal. Du hast gesagt, er ist abgeriegelt. Ja, aber jetzt, wo sie von euch wissen, haben sie ihn geräumt. Dann auf zum Ballsaal. Verstanden Nathan? Ja, verstanden. Ich warte. Ich warte... Das ist jetzt. Falso allarme. 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 Das war's. Was ist das? Das war's für heute. Das war's. Prima o poi ti troverò! No, 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 no! Was ist das? Okay, fast beim Ball sein. Leif, die nageln mich fest. Du musst mir helfen. Ich komm es auch. Oh, gut. Das ist du. Du bist so bei Kolder. Du bist so bei Kolder. Un Moment. Ich habe etwas gesehen. Was ist das? Ist nichts da oben? Es ist alles gut. Aspettate. Hey, hast du etwas gefunden? Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, gut. Oh, gut. Ich glaube, ich habe genug von dieser Auktion. Oh, ja. Ich auch. Ze taraft, bitte. Okay, Jungs. Einzige nehmen Sie es. Sie wollen hier weg. Nein, verb countdown. Hände weg. Scheiße. Was jetzt? Komm zum Brunnen vor dem Walter. Ich warte dort. Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Nein, nein, nein! Scheiße, die Nesen! Das war's! Das war's! Sober! Das war's! 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 Der Schlengsfeld! Das war's! Das war's! Das war's! Nein, 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 nein! 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 Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! auf alten schottischen grabsteinen ok jetzt seht hier der grundriss des orts ist sehr ungewöhnlich hier ist die kathedrale aber der friedhof ist ganz hier drüben rief hat sich die falsche stelle vorgenommen genau leute wir müssen nach schottland okay okay halt moment mal euch ist doch klar dass rief weiß dass ihr kommt ja darum kümmern wir uns wenn wir da sind dieser psycho wartet doch nur darauf dass ihr auftaucht und er hat nadine und ihre gesamte armee hinter sich ja aber das hier hat er nicht der größte piraten schatz aller zeiten ist zum greifen nah ich dachte es ging darum sam zu retten wollen wir aber komm schon wir wollen doch beides stimmt wir brauchen den schatz damit wir sam retten können wie findet elena das alles eigentlich nachher jünger das ist nicht so einfach nach allem was ihr zwei durchgemacht hat sie würde es nicht verstehen du traust dir einfach nicht genug zu kann das risiko nicht eingehen nathan hat recht die dinge liegen jetzt anders rave ist involviert und ich kann ich krieg das allein hin ehrlich super tja danke für den rat ihr zwei experten entschuldigt mich was geht dir durch den kopf mein lieber hör zu mir ist klar dass es nicht leicht war die ganzen jahre tut mir leid was hier zugestoßen ist aber das ist nicht seine schuld das habe ich auch nie gesagt er hat lange gebraucht um da rauszukommen ich zwinge nicht dazu er wollte es er ist für dieses leben geschaffen glaubt du das wirklich warum bist du hier victor weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss wir sehen uns dann in ein paar wochen ja mach ich okay ich liebe dich auch bis dann ich habe ihr gesagt dass der job ein bisschen länger dauert als erwartet was ja auch stimmt okay na komm was meinst du sam braucht immer noch unsere hilfe naja ich habe gehört das wetter soll in schottland um diese jahreszeit ganz toll sein